Ich habe das Gefühl, wir werden... Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Mhm, den Spruch kenne ich auch. Okay, also der Pinguin ist angepisst über seinen geplatzten Deal und ja, wir müssen ihn suchen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Äh, wohin muss ich denn jetzt? Amüsiermeile, warte, dann machen wir doch in der Parkrow. Den Punkt auch direkt. Wir machen heute auch mal ein paar Fugtürme platt. Weil dann haben wir da die Schnellreisepunkte, ist schöner. Hättest das Zeug aus dem Container nicht essen sollen? Hab ja gesagt, dass es komisch riecht. Was soll ich denn sonst machen? Hättest das Kochen sollen? Keime abtönen? Nachher hätte ich mal einen der öffentlichen Gräts benutzt, die an den Strahlen gestehen. Aber vielleicht hätte ich mal einen der öffentlichen Gräts benutzt, die an den Strahlen gestehen. Was hätte ich mal machen wollen? Was hätte ich mal machen wollen? Was hätte ich mal machen wollen? Tragbar kann überladen werden. Das heißt, kann ich jetzt noch nicht. Oder gibt's da auch andere Wege? Hauen wir die mal auf. Und wie würdest du das sagen? Bin ich jetzt wirklich nicht echt? So, jetzt bin ich drin. Okay. Das sieht nach einem Job für den Perlengestalten aus. Das tut mir jetzt aber leid, dass das Dreck geklappt hat. Hm, nö. Werden wir ja sehen. Äh, der Funkturm ist wieder frei. Wir können hier landen. Das ist definitiv gut. Ich würd sagen, dann nehmen wir auch Dreck den auf der Amüsiermeile und so mit. Ja, würd ich sagen, wir machen dieses vorgemahnt paar Funktürme kaputt. Kommen wir unterwegs da beim Pinguin vorbei. Ist das die gleiche Kulisse wie bei Arkham City? Also Arkham Origins kam ja auch später. Weil das wird gerade alles so vertraut. Da ist die Kirche. Gotham Casinos. Davor, das war das Gerichtsgebäude. So, jetzt kriegt ihr den Arsch. Gott sei Dank. Jetzt hast du den Salat. Okay, wo krieg ich jetzt hier die Handykarte? Schwimmra fährt er mit Koppelport. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position... Ja, die ist mitten im Industriegebiet. Okay, wir machen aber unterwegs. ...als unsere Ladung hochzunehmen, zum Beispiel seinen eigenen Arschen zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemanden gibt's ja gar nicht. Mr. Koppelport, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky verflacht des Uhrentums genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst, gesehen zu haben. Wenn du nicht in zehn Minuten mit meinem Geld hier bist, rumpel dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nie wieder Gedanken über Sehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Koppelport. Tut mir leid, Mr. Koppelport. Okay, das ist kein Eingang. Das ist schon mühsam, diese ganzen Funktürme zu zerfleddern. Vor allem, wenn du noch nicht mal planerst, wie du in den hier reinkommst. Ach so, das wollt ihr. Äh, jetzt komm ich ja noch gar nicht rein. Cheat. Äh, wieder mehr Kampfpanzerung. Keine Verbesserungspunkte. Okay, ich hab wohl das Klingendurken schon genommen, ohne es zu merken. Okay, aber wir wissen zumindest schon mal nach der Nachricht, der Pinguin weiß was. Der weiß zumindest, dass Leute hinter mir her sind. Das heißt, er wird was wissen. Ah, das mit dem Turm im Industriegebiet nervt mich schon gerade ein bisschen. Aber egal, kriegen wir nur hin. Oh, hier ist ja auch noch einer. Okay, wo kommen wir am besten rein? Ich gesell mich mal dazu. Ey, das sind Blackmasks-Typen. Wenn ich einen von denen am Leben lasse, vielleicht kann... Zumindest bei Bewusstsein, wenn man entschuldigt... Muss ich doch eigentlich wissen, was Blackmask vorhat. Sehr schöner Kling. Aus dem Weg. Gibt heute keine Wummesch. Ich kämpfe mit den Fäusten. Einfach mal kräftig zuschlagen. Müsste das Ding sich nicht abschalten? Das ist dann wohl das erste Rätsel des Rücklers. Also erst richtige Rätsel. Wobei, ich weiß ja, was ich machen muss. Nur ein paar Boxen sucht und zerstört. Hast du mich gerade getreten? Komm her. Und ob wir das tun müssen? Was diese Relais auch schützen. Es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Ah, okay. Perfekt. Jetzt kommen wir rein. Genau. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Okay, wir haben mal etwas Boden gut gemacht. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Jetzt können wir uns wieder auf die Jagd nach dem Pinguin machen. Das kriegen wir auch noch nicht. Das ist mein Revier. Ihr solltet euch alle verpissen, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Dürfen die Ersten gerne langsam sterben? Los jetzt, Jungs! Okay, zumindest gehen ein paar Mal zu Boden, aber ich gehe gleich auch zu Boden. und das ist das Problem. Boah, scheiße. Noch so ein Treffer überstehe ich nicht. da ist dieser Freak! So gewinnt man auch einen netten Vorteil. Jetzt aber. Yes. Der war's close. Dreimal den Schnellbattering in einem Kampf. Joa, würde ich sagen, ist mir gelungen. Na, herrlich. Wer sucht, der findet, ne? Gut, ich muss dazu sagen, beim Jagen bin ich zuletzt tatsächlich besser geworden. Okay, welche Route nehmt ihr? Ihr Süßen. Ich hab nen Plan. Und der wird K.O. geschmettert, so wie's sein muss. Ohne entdeckt zu werden, oder dass ich was gemerkt hab. Sache, ich bin besser geworden, was das angeht. Wo sitzt er denn? Na gut, Leute, zugehört. Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall am Jessabelle Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber was ist so ein netter Kerl? Auf der Final Offer. Sieht doch statt. Also bewegt euch rüber zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Gut. Der Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Okay, also Pinguin hat sich auf einem Schiff versteckt. Wir haben ein paar Funktürme abgeschaltet und den Pinguin gefunden. Machen hier aber erstmal einen Cut. Ja, und danach holen wir uns den Pinguin. Er wird ja wohl wissen, was los ist. Denn immerhin hat er schon gesagt, ich wäre die ganze Nacht beschäftigt. Also der Batman. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Er wird es ja uns sowieso sagen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.